Liebe Kinder, als allererstes, oder weischt eh, desinfizieren. Ich leck mich am Arsch. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Weyra, Happy Birthday to you. Lieber Weyra, alles Gute wünschen mir dir, zu deinem 40er, sollst gesund bleiben und lange leben. Es ist wirklich schön, dass du uns alle eingeladen hast. Einen Kuchen kriegst du jetzt von uns? Kuchen, auf geht's. Da, hau rein. Mh, also der ist super, der Kuchen. Mh, mh. Und den hat sie echt gut gemacht. Weyra, und ein Tiramisu kriegst du auch noch von uns? Was, da schmeckt er? Mh. Wie weyra? Mh. 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 Also es ist wirklich nett, eine super schöne Party zu deinem 40er, da hast du jetzt wirklich, also wirklich, also deine allerliebsten Leute hast du eingeladen. Das freut uns auch so, dass wir uns gedacht haben, wir machen dir jetzt auch ein Geschenk. Zum 40er kriegt man doch was geschenkt. Warte mal, wir holen's schnell. Auf geht's Weyra. Da schau her. Ui, ui, was ist denn das? Ein Klopapier kriege ich geschenkt. Ja, freilich Weyra, weil wir haben uns gedacht, so viel wie du jetzt fressen musst, musst garantiert viel scheißen. Ja, dankeschön, das ist total nett für euch. Also, jetzt frieze ich noch mein Tiramisu und dann schleicht's euch alle. Schleicht's euch! Mh. 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 Und am Schluss. Olavalti desinfizieren es. Gepfelteife. Mh. 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 Mh.